so ich werde gesagt erst mal auf die viertelmeile hier das kann jetzt auch wieder was werden pinker das war jetzt schon wieder großartig erst mal falsche taste drücken was tue ich er lenkt nicht bitte nicht lenken ja wobei ich hab auch ein bisschen spät gedrückt nur durchzukehren ach komm das war doch geil und dann kommt da sowas das war das war Ah, bitte! Ich bin's, hör mal, ich weiß, dass du mit Razor gesprochen hast, lass dich nicht verunsichern, bleib konzentriert, du kümmerst dich ums Rennen und ich um den Rest, ich hab noch was vor mit ihm. Ach so, get that. Na ja dann. Puh, da hat das auch schon mal funktioniert. So, was haben wir denn jetzt noch? Das andere K.O.-Rennen, die machen wir erstmal gleich, sonst... Ah, Mazda, Mercedes und was ist da noch? Ein Aston Martin, na ja, klar. Upsala, hab ich jetzt geschlafen? Okay. Ich sag am besten nicht, ich wollte grad sagen, das sieht ja ganz gut aus, aber... Wir wissen ja alle, wie das endet. Tschüss! Was ich sagen muss, vielleicht lasse ich den. Da ist er doch ein bisschen niedriger. Rundenzahl 1,36, dann sind die Runden nicht so lange. Ja, sehr gut. Ich merke selber, ich bin so gar nicht konzentriert. Ja, aber echt, bei so einer Kackhitze, ey. Und das ist jetzt schon ein Tag so, ey. Ach, echt, da kriegt man nur noch schlechte Laune. Ich muss nur noch aufnehmen, ey. Okay, was machen die anderen beiden da? Ja. Auch geil. Ja, ohne Spaß, ich schwitze sogar meine Hände und schwitze in die Tastatur zu, ey. Ich muss immer nach jedem Part mal mit einem Tuch über die Tastatur, ey. So abartig einfach nur. Ja. 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 Für euch aufnehmen darf. Weil es aufnehmen die schönere Arbeit ist. So. Auch wenn es extrem warm ist. Aber okay. Ach, alter. Ja. So. Zweite Runde auch weg. Ha, der hat schon getrunken hier. Schau's die Wand an. Hätte ich mir selbst etwas anders vorgestellt? Ja, aber ok. Ach, ist mir auch alles egal. Ich bin gar nicht hier fahren wie ein... Aha. Ey, das ist so warm und ätzend, ey. Da wird einem alles egal. Also fast alles. Nicht ganz alles, aber... Vieles und jetzt... Ey, ob ich jetzt hier ein Auto mitnehme und eine Terne oder irgendwie Wandholze, ey. Das wäre so eine Rolle, ey. Sagen wir am Ende irgendwie gewinnen. Alter, ey. Ja. Konzentriert, konzentriert. Ja, wobei... Ich brauche mich nicht konzentrieren. Der andere ist nämlich so wieder in der Pampa. So, zack. Alter, arme Tastatur, ey. Oh, so ranzig. Achtung! Alle Einheiten! Haben eine Beschwerde über einen Rana reinbekommen. Ja, ja. Dann muss das auch eine Beschwerde... So, dann haben wir noch einen Rundkurs. Ja, ganz ehrlich, diese ganzen langen, anstrengenden Sachen, die will ich jetzt hinter mir haben. Dann noch Sprint und so, das ist alles ok, aber jetzt hier sind wir Rundkursen. Ich hasse Rundkursen. Das ist nur, weil die Weiber nicht aus dem Knick gekommen ist, ey. Ich muss selber noch die Vorweg kriegen gehen. So. De die Verpackung Ich sehe dich. Bis hintermier. Aber warum hätte ich mal denken können. Ist anders. Nööööö. Aber du musst es da jetzt natürlich sein, ey. Ich hasse doch Wetter vor, ey. Ich hasse es halt. Loll ey. Spacken. Ich habe ja nicht die Runden, ey. Da müssen es denn so bei Außenrunden sein. Zwei Minuten, ey. Lalea ist nicht mehr hinter uns. Auch nichts weiter. Was passiert? Duell zwischen Lolle und Harn. Äh, ne. Garobi. Weihnachten der Mitteleid. Von den Hauptständigen. Lolle. Duell gewonnen. Spack. Plug. Holt auf. Ja. Alter ey. Ich krieg's nicht mehr hin heute. Ich trage mich, wie ich die Polizeiverfolgung machen soll, ey. Gar nicht, ey. Alter, ist wirklich was hinter mir. WTF? Weg. Weg von mir. Will dich nicht. Keiner. Schlosselitten. Dingster. Oh Gott. Genau. Und ich krieg hier den Verkehr, aber... Die ist schon klar. So. Alter, vier Runden? Willst du mich verarschen oder so? Boah. Alter. Da hab ich halt echt keine Ausdauer, ey. Vier Runden. Warum? Oh Gott, ey. Warte so am Arsch. Ganz ehrlich, ich sollte vielleicht auch die Abkürzung fahren, ey. Ich glaub, in der letzten Runde fahr ich immer die Abkürzung. Ich hab das Gefühl, dass... Dass es anscheinend besser funktioniert. Jetzt kommen die anderen da wesentlich besser durch. Oh Mann, ey. Vier Runden, ey. Da müssen wir ja noch eine. Boah, jetzt fühlt sich wie Arbeit an. Fühlt sich wie Arbeit an. Das ist es, wie es das passiert. Lolle mit den d工fen. Drei. Kähl. Du. 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 Ach ja, das waren Zeiten. So, geht's aus, geht's aus. Da waren wir ja immer noch hinter uns. Letzte Runde, endlich. So, mal gucken, ob ich das gleich mit der Abkürzung hinbekomme. Hier habe ich ja ein bisschen Angst. Gut reingekommen bin ich auf jeden Fall. Das ist zwar pures Gelände. Eher kontraproduktiv. Aber es funktioniert. Okay. Kein Ding. Oh, endlich. Oh Gott, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum sind wir denn da noch n Blitzer? Haben wir noch Blitzer? Warum haben wir denn noch Blitzer? Habe ich das nicht gemacht? Oh ne, wir haben noch nicht einen Blitzer Im Ernst Oh Gott 285 Oh nein Ey, wegen dieser N-Bodenwelle da, ey Wisst dich, du Opfer Boah, ich merk schon, ja, das wird ein kleiner Blitzer wieder Boah, warum? Alter, hab ich jetzt überhaupt keinen mehr für, Mann Boah, ich bin Das ist doch so eine Wichse wieder Ach ja, jetzt wär ich denn nicht los, ey Ja, verpiss dich, du Muschifresser Ich hätte so keine Motivation für Doch die Kacke da Boah Scheiße, Mann Ja, jetzt muss da so ein scheiß Heli kommen, oder was? Boah, ist das denn für eine Scheiße wieder, ey Ja, deine Mutter wird mich kennenlernen, Mann Boah, jetzt ist er denn hier gekommen Du scheiße Motherfucker, ey Ohne Spaß Das ist eine kleine Taste Hier, Mutter, ey Alter Alter Alter, Mutter sperre ich auch, ey Dummer Fu, ey Ja, bringt euch selber um Und zu Und zu Ohne Zeit Egal Egal 1, er bitte schnellstmöglich Lagebericht Code 6 weichert sich noch anzuhalten Wir finden uns direkt über dem Zielfuhrzeug Sollte sich was ändern, wählt wir uns Unser Funkel fliegt auf der Dame Ja, ab rechts Verdächtiges Fahrzeug gesichtet, ich bin Code 3 Naja, jetzt sind wir so schlimm immer länger als 2 Minuten unterwegs, ne Versuchen wir es halt nochmal, ey Boah, ich würde doch nur so einen abgefuckten, dreckigen Wichsblitzer haben Nein Motherfucker, muss der gar nicht wieder hier antranschen, ey Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht Seid ihr jetzt alle? Wir haben eine Straßensperre errichtet Alle Infos findet ihr auf eurem Bildschirm Ich hab ihn verloren Wir müssen das Gebiet durchsuchen Wir sind wieder hinter ihm Haben ihn eingeholt Er hat uns gerade durchgeführt Nehmen wir uns die Verfolgung aus Verdächtiger ist auf das Bahnhofsgelände gefahren Er ist auf dem Bahnhof Genau Und sonst mal ansatzweise da rangekommen Unterstützungs-Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung Das Objekt wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung In der Nähe des Bahnhofs Wir haben ihn Da ist unser Verdächtiger, wir haben ihn Da brauche ich auch ganz doll lieb Nicht Was will ich sehen? Zentrale 1042 Versächtiger flüchtet vom Unfallort Bleiben weiter auf 1087 Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen Drei Geld erzählen und alle Verfolger Wir haben die Strecke für euch abgesperrt Achte der Feuerklampe Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung Zuletzt wurde der Verdächtige gerät in in örtlicher Richtung am Busbahnhof vorbei Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors Übermittlung der Zielposition über das GPS Aktuelle Infos folgen Der Mongos hier wieder im Kreis Das kann ja auch wieder was werden Ignoriert meine Zeichen Gehe auf 1039 Mal sehen, ob er dann stoppt Verdächtiger ist gerade los vorbei geraten Verdächtiger ist weiter flüchtig Die Straßensperre hat nicht funktioniert Kontrolle 1033 1033 Direktur, es hat ihr Haupt Achtung an alle Verfolgereinheiten Ort Wenn die mal rum fliegen, hey Auf sah geil aus Scheiße, die Wand drin. Ein Autogramm. Von Herzen. Oh, die Rinos waren jetzt aber schnell da. Boah, nice. Das war ja... Uiuiuiuiui, das ist ja hier... Weg mich am Arsch. Ich komm, ne? Wie viele Wagen müssen wir nur ran? Viele, okay. 32, okay, fehlen noch 10. Boah. Leck mich am Arsch, war das jetzt knapp, ey. Alter, Vater, ey. Über vorne, ich will nicht ran. Oh Gott. Alter Vater, ey. Das ist so hart, ey. Okay, setzt euch vorliegend Probierdienst. Alle Einheiten, lasst sie nicht vorbei. Alle Einheiten. Lass die nicht vorbei. Löcheln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Leute, verspätet sich die S8 und wenige Minuten. Wie wird man ihr Verständnis? Ich glaube, ne S8, keine Ahnung. Der ist minus 75, das ist von 8, keine Ahnung. Zu 5, oh... 29 Wagen haben wir auch erwischt. Leider ist die nächste Alarmstufe, ... oder Fahrgangsstufe, ... auch schon bald erreicht, ... das heißt, wir kriegen dann wieder ein bisschen mehr auf'n Sack. Ich bleibe aber trotzdem auf dem Island. Haben wir uns schon berührt? Ja. Gut. Okay. Schluss wird lustig. So, 32 Fahrzeuge schon mal berührt. Ah. Fatsch, du bist. Ne, ihr kommt jetzt nicht runter. Da kommt nämlich ein Tunnel, ihr Mongos. 1075, sobald ich ihn überholen kann. Melde mich dabei. Verdächtiger lokalisiert. Wir hängen uns hinter ihm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Heli noch einmal kurz ablassen könnte. Wir kommen schnell näher. Es wird nichts. Scheiße. Verdammt. Wie riecht denn das jetzt? Bin geantwortet. Brauche sofort Unterstützung. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Plan entsprach. Ich bin mir noch nicht sicher. Da muss ich mich jetzt gerade verschätzt haben. Bis jetzt? Was machen die denn da alle? Wir sind nicht. Sehen die aber gerade ein bisschen anders. Bei mir unten ist das meine Chance 1,3 Millionen Kopfgeld Los, 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 los Boah, alter, nice, ey Boah, ich krieg'n Kind Leck mich am Arsch Boah Hohoho Alter Vater 1,72 Millionen Nice one Alle an der Sektorsperrung beteiligt So Alter Ich hätte jetzt aber trotzdem gern noch einen Versuch für den Blitzer Mal gucken, ob das was wird, ey Dieser kleine Ruckel da, das macht mir alles kaputt Dann schaff' ich das nicht mehr Wie fährt sich denn die ganze Geschichte von hier aus? Irgendwie könnte man von hier aus so Wie so'n Bekloppt da rum Mal kurz gucken Mal kurz die Lass diese Kurve im Problem Versuchen wir's einfach mal So wird das nichts Ja, das ist auch doof, ey Ich glaube, wenn der Galado mega kacke ist, vielleicht haben wir mit dem doch bei dem Blitzer zumindest noch gute Karten, weil der Blitzer ist schon relativ anspruchsvoll. 85, boah wie knapp, das ist diese eine Bodenwelle da, die alles kaputt macht, sicher dass es von der Seite wenig besser ist. Ich habe fast das Gefühl, dass man hier anfährt. Ich habe fast das Gefühl, dass man hier anfängt, dass man hier anfängt, dass man hier anfängt. Nee, nur Schnitte. Was ist diese Bodenwelle, dieses Problem? Dieser kleine Ruckel hier. Oh Scheiße, die Rücken ist jetzt hier so voll. Ich habe doch noch ein bisschen mehr Anfahrt nehmen, ja. Okay, go, go. Das kriegen wir nicht hin, ey. Doch, oh Gott, ja, aber auch ganz knapp, ey. Alter Vater, ey. Wat ein Mongo-Blitz sein. Soll 255, sollte er ja eigentlich drin sein, oder? Guck mal, einfach mal. Wenn der Lampo auch nicht grad der Hit ist fürs Blitzen, dann ist er auf jeden Fall noch relativ gut geil. Warum fahren denn hier überall so in Norden um? Kleiner Ficker, du. Was ist das denn? Kann sich jemand melden. Fahrzeug ist ein schwarzer Lamborghini. Tempo liegt bei über 240 kmh. Kein Sichtkontakt mehr. Standby scheint weg zu sein. Ach so, ich glaube, damit haben wir gleich noch den einen Meilenstein, ne? Flucht unter 2. Aber geil. Na ja, weinert. So, dann möchte ich jetzt trotzdem gerne nochmal, äh, Le-Le-Le-Blitzer-D 255. Le-Le-Blitzer-D 255. Isch. Dann wär das alles kein Problem. Aber da müssen ja dann zufälligerweise immer 100.000 Fahrzeuge sein. Auf allen vier Spuren. Aha. Müsste hier nichts los. Und wenn ich jetzt gleich um die Kurve fahre, zack, sind sie überall. So. Alter, wieder mit einem Kilometer gerade noch über. So, Meilenstein. Hier, 225. Ich seh schon kommen, ey. Ja, das ist ein Follow-Blitzer. Jetzt frage ich mich gerade, wieso. Wieso an der Stelle. Aber immerhin. Aber den hätte man noch wenigstens austricksen können. So, dass man hätte von einer anderen Seite reinfahren können, oder, ja, keine Ahnung. So. So, ich würde jetzt gerne noch mal zum Unterschlupf. Blablabla. Blablabla. So. Nee, hab ich gesagt, äh, auch wenn ich da schon... Ja, ich weiß, da hab ich auch Teile reingesteckt und alles. Aber den... Den hau ich weg mit dem Galado. Lass ich den... Muss dann erstmal noch da. Und jetzt... Huch, hoppala. Ja, meinen Kleiner haben wir ja jetzt alle. So, wie viel Rennen haben wir denn noch auf? Gut. I, du jetzt... Musi sinTER. Wo ist Firmen? W raconiert ins Danach. EG- động geht es. Okay, das ist schon obrig términ. Und dann höher, du sch matter, du in